Ja, hallo und herzlich willkommen bei BinaryStrategy.net. Danke, dass ihr euch bei uns auf der Homepage in unserem Formular eingetragen habt. Und deshalb habt ihr wahrscheinlich hier diese Strategie jetzt kostenlos bekommen, die versprochene in 5 Minuten startbereit Strategie. Wir sehen, ich habe hier schon den Trade offen, der gerade läuft nach unserer Strategie. Wichtig ist, ihr habt den Download-Ordner bekommen und habt hier schon eure Strategie eingefügt in den MetaTrader 4. Habt ihr das noch nicht getan in den MetaTrader 4 eingestellt, die Strategie, weil ihr es nicht könnt, schreibt mir einfach eine E-Mail an support.binarystrategy.net und ich stelle euch das innerhalb von einer Minute per Teamviewer ein. Wir sehen hier im Geld, ich habe hier schon meinen ersten Trade gesetzt, 3 Sekunden hier unten noch und habe schon 174 Dollar zurück. Ich zeige euch jetzt mal hier im nächsten Trade, wie das funktionieren wird. Wichtig, ihr habt im MetaTrader 4 die Strategie drin, rechts im MetaTrader 4. Dann stellt ihr auf M1 im MetaTrader, ganz wichtig M1. Und bei Finmax links, dem Broker, brauchen wir natürlich Finmax, denn wenn ihr den weiteren Weg mit binarystrategy.net gehen möchtet, nehmt diesen Broker, denn wir bieten, ihr habt gesehen, Homepage ist neu, alles drum und dran, alles professioneller. Wir bieten natürlich Forex-CFD an und binäre Optionen im kommenden Verlauf von uns. Und Finmax ist der einzigste Broker, den ich kenne, guter Broker, der binäre Optionen hat auf der Plattform und Forex-CFD. Somit können wir mit einem Broker handeln. Auch ganz wichtig, da wir unsere Angebote haben, zum Beispiel Superkai-Sniper, unsere neue Strategie für Forex-CFD. Wenn ihr die haben wollt, ist ab und zu mal ein Angebot über Finmax. Okay, wir haben die Strategie jetzt drin hier, wie gesagt, ich wollte es euch in 5 Minuten erklären und kann da nicht so viel jetzt über anderes reden. MetaTrader 4, Strategie eingefügt, M1 auf M1 hier oben gestellt und Finmax geöffnet. Und schon mal als allererstes, bevor wir irgendwas machen, geben wir unsere Trade-Größe ein, die wir pro Trade machen möchten. Ich sehe jetzt hier, hier wäre vielleicht sogar im Euro-Out ein Einstieg, darum gehe ich mal auf Euro-Out, suche den hier oben. Euro-Out, den gibt es leider nicht bei Finmax, schade, doch, da, falsch eingegeben, Euro-Out. Jawohl, wir sind jetzt hier drin, Euro-Out und eingestellt auf, natürlich nehmen wir 5 Minuten. Warum könnte ich jetzt hier reingehen? Ich erkläre dir die Strategie. Wir haben hier im MetaTrader 4 unsere 5 Minuten Startstrategie. Wir sehen hier, wir haben hier einen Kanal, Rot-Blau. Da sollte sich die ganze Geschichte bewegen, in dem Kanal drin, wie wir sehen. Die ganze Geschichte bewegt sich im Kanal. Ich schaue nochmal kurz, ob der Trade hier losgeht. Also wir haben den Kanal, da sollte sich die Geschichte bewegen, wie gesagt. Am besten, wir haben hier, wie der Kanal zeigt, schön im Kanal den Verlauf, im Kanal. Denn wir warten darauf bei dieser Strategie, dass wir einsteigen können, wenn in dem Kanal hier die rote Linie gekreuzt wird. Jetzt zum Beispiel würde ich hier nach unten traden. Da muss dieser Kanal die Linie gekreuzt haben oder draußen sein ein bisschen. Und ganz wichtig jetzt hier unten beim Doppel-RSI, sehen wir hier 2, hier 2. Da muss die Verlaufslinie hier im RSI drin sein. In diesem Feld drin sein oder hier drüber ein bisschen. Weil wir können ja sehen, immer ein bisschen drüber. Drüber, drüber. Die meiste Zeit ist hier drüber, seht ihr. Und jetzt warte ich hier auch, dass er eben in dem Bereich hier schön drin ist oder hier auch ein bisschen drüber geht. Das ist alles. Also wir schauen hier auf die Bänder, dass die gekreuzt werden mit der Kerze und dass der hier im Bereich drin ist oder ein bisschen drüber. Und dann haben wir schon unseren Trade-Einstieg. Wir sehen jetzt hier, ist natürlich im Bereich schon, ich muss noch ein bisschen größer. Hier ist er jetzt drüber. Und das ist ein super Einstieg. Das ist ein super Einstieg. Da warte ich auf die nächste Kerze und gehe da auch schon rein. Ihr seht, hier ist ein wunderbarer Einstieg jetzt auf 5 Minuten. Ganz wichtig, bei Finmax auf 5 Minuten stellen. Wenn der sich jetzt hier, wenn der sich jetzt hier noch an diese Linie ranwagt, dann wäre es natürlich super. Jawohl. Oh no. 5 Minuten. Ich gehe mal auf heute. Niedrig. Niedrig. Ich habe jetzt nur hier heute angeboten gekriegt. Ist aber auch nicht schlimm. Denn dann sind es 10 Minuten. Na 5 Minuten und 41. Wir sehen 5 Minuten 39. Also ich bin jetzt hier perfekt in den Trade rein. Auf 5 Minuten. Wir können hier sehen, genau nach Strategie wartet. Ich mache es für euch mal noch ein Stückchen größer. Hier oben könnt ihr auf Plus und Minus das alles größer und kleiner machen. Wir sehen hier, so wie ich euch erzählt habe, wir müssen in unserem Bereich diese Linie kreuzen hier. Also haben wir gekreuzt nach oben und jetzt habe ich diese Kerze mitgenommen nach unten hier. Warum habe ich diese Kerze mitgenommen? Wir sind hier im RSI-Bereich drin und sogar schon ein Stückchen drüber sehen wir hier. Da muss ich drin sein hier. Hier muss ich drin sein oder vielleicht sogar hier oben drüber. Also hier oben drüber ist es noch sicherer, aber hier ist es schon sicher, dass wir, wenn wir hier reingehen, unseren Trade gewinnen. Wir müssen in dem RSI-Bereich sein oder ein Stückchen drüber. Versteht ihr? Alles verstanden? Und hier natürlich gekreuzt die Linie jetzt im Falle des Abwärts-Trades oder ein bisschen drüber. Und dann können wir in den Trade reingehen. Dann können wir in den Trade reingehen. Wir sehen jetzt hier links auf Finmax, dass wir im Trade im Geld sind. Das können wir sehen hier, also wir sind im Geld, bekommen 73%, bedeutet 100 Euro eingesetzt und im Gewinnfalle 173 Euro zurück nach 5 Minuten. Und mit dieser Strategie hier, die ist super erstmal für euch geeignet, um euch Kapital zu schaffen. Also diese Strategie ist für euch, dass ihr Kapital euch schaffen könnt, um dann die anderen Schritte, gegebenenfalls Kurse, Strategien, die Profistrategien euch sichern könnt. Ich kann euch versprechen, diese Strategie hier ist sehr erfolgreich, sehr erfolgreich und innerhalb in 5 Minuten anwendbar. Ich habe euch gezeigt, was die Kriterien sind, habe euch versprochen, super einfach die Kriterien und ihr könnt loslegen. Ich habe noch einen kleinen Tipp, wenn ihr sicher gehen wollt. Nehmt einen Chart, der nach Richtung geht. Also hier zum Beispiel ist Aufwärtstrend, wie wir hier sehen. Nehmt einen Chart, der in Aufwärtstrend geht und tradet im Trend. Ich habe den hier genommen, um euch zu zeigen, überhaupt einen Trade zu zeigen. Aber wenn ihr euch unsicher seid noch als Anfänger, nehmt einfach den Trend. Wenn ihr dann sicherer seid, natürlich könnt ihr dann hoch und runter traden. Aber wie gesagt, wenn ihr euch noch unsicher seid und Anfänger seid, geht einfach nach dem Trend. Denn der Trend ist your friend, der Trend ist dein Freund. Ich bin mir natürlich schon ein bisschen sicherer und mit der Strategie hier auch schon ewig getradet. Und kann auch schon den Gegentrend traden. Aber wie gesagt, wenn ihr Anfänger seid, nehmt nur die Trendrichtung. Das ist schon gewesen, wie ihr seht hier. Also wunderbar, super einfach zu verstehen, mit dem RSI zu arbeiten. Hier ist der Indikator für den Kanal, den schenke ich euch. Der ist für die kommende Strategie, das ist so eine B-Strategie, wo ihr Optionen in Unforex traden könnt. Die hier ist schon fertig. Aber wie gesagt, ihr habt gesehen, die Homepage ist neu, etc. Professioneller und das kommt alles nach und nach. Ja, wir sind hier schön drin. Schön im Gewinn, wie wir sehen hier bei Finmax, wenn wir sehen, da kommt so ein grüner Bereich. Das bedeutet, wir sind im Gewinnbereich. Im Gewinnbereich, im Geld. Das heißt auch im Geld. Und wenn wir im Geld sind, wie gesagt, nach 5 Minuten, bekommen wir jetzt in dem Falle 100 Euro eingesetzt. 73% Rendite, bekommen wir 173 Euro zurück. Es ist nochmal hier ein bisschen hochgekommen. Ein bisschen hochgekommen. Wir warten mal ab. Ich habe hier noch 1 Minute 52. Und in der Zeit mache ich kurz Pause und die letzten Sekunden schalte ich wieder zu, weil sonst wird das Video mit Wartemodus zu lang. So, Leute, wir sind in die spannenden letzten Sekunden hier. In die spannenden letzten Sekunden. Wir haben noch 20 Sekunden für den Trade. Sind im Geld, wie wir hier sehen. Im Geld. Also immer wenn hier bei Finmax die grüne Leiste kommt, bedeutet im Geld. Die letzten Sekunden. 8 Sekunden. 8 Sekunden, meine Freunde. Und 4, 3, 2, 1 und drin. Wir haben ein Gewinn. Ich habe 173 Euro zurück. 173 Euro. Jetzt geht er natürlich hier nochmal richtig ab nach unten. Kriterien waren erfüllt. Wir haben unseren Trade natürlich mitgenommen. Ich schaue mal, vielleicht finde ich noch einen in Trendrichtung, dass ihr seht in Trendrichtung, dass die ganze Sache dann natürlich klarer ausfällt, wenn ihr in Trendrichtung tradet. Vielleicht finde ich hier noch einen. Ich suche mir mal einen und bin gleich wieder. Ja, Leute, in Trendrichtung finde ich leider keinen im Moment. Wie wir sehen hier, das ist ein Seitwärtstrend. Guter Tipp noch. Seitwärtstrend. Traded kein Seitwärtstrend mit dieser Strategie. Also Seitwärtstrend bedeutet hier, wenn es immer seitwärts geht. Wir sehen hier hoch, runter, hoch, runter. Das ist nichts. Wir traden vollkommen nach Trend. Wir sehen hier, in Trendrichtung habe ich im Moment nichts. Leider. Leider. Hier hätte man einen schönen Trend. Hier können wir gucken, wenn er jetzt hier nach oben gehen würde. Also hier, wenn der jetzt nach oben gehen würde. Machen wir mal die Linie länger. Linie länger. Wenn der jetzt hier nach oben gehen würde. Und wie hier das Band berühren. Sehen wir hier. Er berührt das Band. Würde der jetzt hier berühren. Wir haben ja einen Abwärtstrend hier. Richtig schön. Dann könnten wir hier den Trade rein. Denn wir können hier auch sehen. Ich zeige euch noch mehr vom Chart. Also mein Zeichenwerkzeug. Wir konnten hier sehen. Hier. Wunderbar. Sehen wir hier. Berührt. Wunderbar. Das Jackpot Trade. Jackpot Trade. Dann können wir hier sehen. Hier. Flupp. Hier ungefähr. Hier. Berührt. Jackpot Trade. Wie wir sehen hier. Zack, tack, tack. 5 Minuten runter. Das sind die perfekten Trades. Wenn ihr hier einen schönen Kanal habt. Wo alles im Kanal drin abläuft. Zack. Zack. Und mit dem Trend tradet. Das sind Jackpot Trades. Und diese Strategie, glaubt mir. Die wird euch einiges, wenn ihr die befolgt. So wie ich euch jetzt gesagt habe im Video. Einiges an Guthaben bringen. Das wäre es erstmal gewesen. Danke, dass ihr euch auf unserer Homepage eingetragen habt. Und diese Strategie euch gesichert habt. Wie gesagt, in Zukunft werden natürlich auch noch andere Sachen kommen. Für Forex Sieft, die binäre Option. Je nachdem. Und ihr seid immer up to date, da ihr euch eingetragen habt. Und mit dieser Strategie ganz wichtig natürlich. Könnt ihr euch erstmal einen Grundsatz an Guthaben sichern. Um eben dann die professionellen, richtig professionellen Strategien zu sichern. Ich sage Happy Trading. Danke. Wir sehen uns auf YouTube, meine Freunde. Wenn ihr installiert haben wollt und es nicht könnt. Noch ganz am Schluss. Support at BinaryStrategy.net Happy Trading. Not John. Judy� favorit. Opening. Wir sehen uns auf mercury. Gee haar.